Moin moin, ich melde mich auch mal wieder zu Wort nach all den stressigen Tagen und Wochen der Vorbereitung. Ist es jetzt endlich bald soweit? Der große Vorentscheid steht an. Und ich bin sehr, sehr gespannt, euch endlich dann auch meinen Song zeigen zu dürfen. Ich hoffe, dass er euch gefallen wird. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es ein sehr besonderer Song ist, der mir sehr viel bedeutet. Es ist ein Song, den ich für bzw. über meinen Vater geschrieben habe. Und genauso besonders wie der Song ist, möchte ich auch meinen Auftritt gestalten. Und da kam mir die Idee in den Sinn, dass ich euch da draußen total gerne mit auf die Bühne nehmen würde. Das heißt, wenn ihr Bilder habt von euch und eurem Vater oder auch einfach nur von eurem Vater, ob es jetzt alte Bilder sind von vor 20 Jahren oder vor 40 Jahren oder ob es aktuelle Bilder sind oder auch von eurem Vater, ob es aktuelle oder alte Bilder sind, das ist völlig egal. Ihr könnt mir diese Bilder schicken und ich nehme diese Bilder dann mit auf die Bühne zu meinem Auftritt. In welcher Art und Weise, das kann ich jetzt natürlich noch nicht verraten. Aber auf jeden Fall ist das der Plan, diese Bilder dann mit in diese Bühneninszenierung zu integrieren. Ihr müsst einfach nur auf die Webseite gehen, eure Bilder hochladen und abschicken. Und das war es eigentlich auch schon. Und wir machen dann den Rest. Ich würde mich sehr freuen, ganz, ganz viele Bilder von euch zu bekommen. Schickt so viele Bilder, wie ihr möchtet. Je mehr Bilder, desto besser, ausdrucksstarke Bilder, besondere Momentaufnahmen. Ich freue mich auf jede Einsendung. Und wir sehen uns dann schon ganz bald nächste Woche am 22.02. auf der Bühne.